Guten Morgen. Es ist gerade 4.30 Uhr in der Früh. Also eigentlich noch in der Nacht. Eigentlich hasse ich es, früh aufzustehen. Aber heute habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich heute endlich eine TikTokerin wiedersehen werde, die ich schon sehr vermisst habe. Und ich glaube, mir könnte ich alle schon denken, wer das ist. Wenn nicht, dann ein kleiner Tipp. Sie hatte vor kurzem Geburtstag. Außerdem hat sie einen Freund, der mitkommt. Meiner übrigens auch. Wir haben auch was richtig Cooles vor. Und so schlafen wir in einem Hotel bei einem Ort, wo es verschiedene Attraktionen gibt. Und uns eventuell sogar schlecht werden könnte. Also ich bin echt gespannt, ob das irgendwer errät. Die Auflösung kommt heute noch. Okay, let's go!